Nach pure Sonnenschein und kein Wäldchen am Himmel, gleich hier diese Erfahrung, wo ich bin, auch hier reingekommen bin und heute immer noch und alles ist klar und bevor ich aber hier diesen Rundgang mache und alles zusammen, dann brauche ich gerne drei Gutes machen. Rundgang ist mein erster Urlaubsziel gewesen, ich habe einen Führerschein, aber ich fahre kein Auto, habe nie Geld, ich bin immer Flampo, ja, habe ich gesagt, bei 10 Franken, kostet 1,30 Euro und mit der Luzen kann ich wieder Karte fahren oder mit dem sie darf, könnt ihr auswenden wie sie, da mag ich nicht verbummeln, weil sonst kostet die Karte immer wieder 1,90 Euro. Also nicht U-Bahn, ich habe so gedacht, ich bin U-Bahn, aber nein, ich mache das mit bis zum Airport, zwar auch einmal ein Bus, der sagt, ich bin zum Airport, ja, 1 Euro, habe ich gefragt, warum denn so viel? Natürlich, wenn man aber mit dem einen, wie viel sind das denn, 1,20 Euro, aus Geldautomaten oder so, weil wir ja irgendwie die Stadt sehen, geil, das muss man die Deutschen auch machen. Und ich gebe jetzt, dass ihr natürlich das Beter haben, aber ich frage es über, egal wie ich Karte habe, weil es gibt es so, voll, 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 voll. Voll, Mann, voll, ich habe das reingesandelt, über die Tüche, die Doppelgärten, was hat man eigentlich schon so? Super tolle Sache, super toll. Danke, dass ich mich heute angekommen ist, liebe Frau, dass ich mich heute mitgekommen bin. Normalerweise die geht mit, als der Mann. Der Mann, der Häuser hat, der kostet alles hier. Ich bin so ein Stück, ich bin so ein Stück. Ich bin so ein Stück, ich bin so ein Stück. Ich bin so ein Stück, ich bin so ein Stück. Ich bin so ein Stück, ich bin so ein Stück, ich bin so ein Stück. Ich bin so ein Stück, ich bin so ein Stück, ich bin so ein Stück. Rollin' on from town to town